Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zurück bei Final Fantasy 4 Cent. In den Ruinen von Amdapur, einem weiteren 50er Dungeon auf dem Weg zum Ruhm, Leute. Wieder mit dem Baden unterwegs. Ich habe ja gesagt, ich werde mit dem Baden die 50er Dungeon machen. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall mache ich das mit dem Baden, weil ich nicht mit dem Paladin so vorweggreifen möchte. Weil der nämlich sonst zu schnell leveln würde. Ihr seht ja, unser Baden ist auch schon fast Level 51. Denn wir kriegen durch die Dungeons ziemlich viel XP. Das hat mein Auge gerade gejuckt, deshalb konnte ich gerade nur die Single Target Fähigkeiten einsetzen. So. Für die Leute, die es interessiert, ist es tatsächlich mein zweiter 50er Dungeon, den ich gerade mache. Sieht man vielleicht auch noch an der Ausrüstung, die ist noch nicht so geil. Zuletzt hatte ich den Palast des Wanderers gemacht, wo die bösen Tomberries ihr Unwesen treiben. Oder beziehungsweise wir die Tomberries eigentlich... Also wir haben eigentlich das gemacht, was Limsa Lominsa die ganze Zeit mit den Kobolden macht. Wir haben die Tomberries nämlich ein bisschen verärgert. Ja, ja. So. Äh, die Gruppe besteht aus einem Paladin, einem Weißmagier und einem Samurai. Eine Klasse, die ich überaus cool finde. Die spiele ich gerade bei meinem Hauptcharakter nämlich auch hoch. Wahrscheinlich, wenn... Ey, ich finde das so lustig, weil... Ich stelle mir die ganze Zeit so vor, wenn du das... Wenn ihr das Video vielleicht in so ein paar Jahren seht, dann ist der Samurai schon, äh... Max Level. Aber vielleicht gibt es da einfach ein Fantasy 14 noch gar nicht mehr und es gibt schon den Nachfolger oder so. Wer weiß, wer weiß. Dieses Video ist auf jeden Fall für die Ewigkeit. Ja, ihr seht schon, auch dieser Dungeon hat uns nicht wirklich viel entgegenzusetzen, weil, äh... Ja. Nicht wahrscheinlich daran, dass unsere Gruppen... Mitglieder hier schon ein deutlich höheres Level haben. So, da vorne wartet noch ein wahnsinniger Priester. Das sind die Priester, ich glaube, von dem Orden von Dallamun. Ne? Die Jünger von Dallamun sind das, glaube ich. Ist auch der erste Boss. Allerdings ist er nur so ein Vorgeplänkel. Der richtige Boss kommt jetzt gleich erst noch. Und, ähm... Da ist er nämlich schon. Und der holt jetzt gleich noch den dicken, äh... Felsen da hinten. Den beschwört er gleich. Da seht ihr es gleich. So, ein bisschen weiter nach hinten gehen. So, dann beschwört er da vorne auch noch einen Felsen. Ganz viele Felsen, die der Psycho-Schinder hier... Herbeizaubert. So, das war der Boss. Nice. So, und es geht weiter. Okay, wieder für den Magier. Ich weiß sowieso nicht, ob die Rüstung hier, äh... Uns überhaupt noch was bringt. Ich glaube nämlich, weniger. Für Frisch-Level-50er damals... Äh, da hat man, glaube ich, bei der Quest noch nicht das komplette, äh... Ähm... Wadenset bekommen, was ich jetzt gerade angelegt habe. Sondern nur dieses einfache, äh... Set, was, äh... Man... Dann mit Level 50 kriegt. Also, man hat dann die, die, äh... Die ganz normale Badenrüstung. Also, die einfache Badenrüstung, äh... An. Das heißt, auch noch die... Level 45er-Sachen. Ähm... Und da musste man damals halt diese Dungeons hier durchlatschen. Und hat dann hier so seine anfangs 50er-Rüstung bekommen. Muss schon... Muss schon geil gewesen sein. Also, ich mag das immer bei den... Äh... Ich freue mich da auch jetzt auf die Neuerweiterung. Die ja jetzt wahrscheinlich dann schon draußen ist, wenn ihr das Video seht, vielleicht. Vielleicht ist da auch schon eine ganz neue Erweiterung raus. Also, als nächstes kommt übrigens, äh... Downtrail. Ähm... Da freue ich mich wieder drauf, genau das wieder zu machen, ne, dass du die ersten Hunderter-Dungeons dann machst und dann, äh... So die erste Rüstung kriegst. Das ist schon immer cool. Und inzwischen hat dieses Spiel ja so viele Dungeons, ne, und ich freue mich einfach, sie auch hier auf YouTube alle, ähm... Zu zeigen. Oh, da hinten ist noch eine Uhr. Ich nehme die nochmal mit. Ist eigentlich sinnlos, aber... Mein Gott. Oh, guck mal. Vielleicht ist die ja besser. Ich... 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 Ich habe keine Ahnung. Ich nehme sie einfach mal mit. La 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 la... So, die, äh... Anderen kämpfen hier schon. Mal wieder etwas näher rangehen hier. Bin das gar nicht mehr gewohnt, nah dran zu sein, weil... Tatsächlich, äh... Ändert sich die Fähigkeit, ähm... Pfeilsalbe später. Da braucht man nicht mehr so nah dranbleiben. Dann, äh... Kann man auch weiter wegstehen. Ah, fuck. Ups, habe ich wohl Akku gezogen. Oh, und da sehen wir schon den zweiten Boss. Die Dämonenwand in dem Fall. Die Dämonenwand kommt übrigens, äh... Zweimal in diesem Spiel vor. Hier gibt es zweimal als Boss. Einmal hier und einmal später in einem, äh... Sechziger-Dungeon. Äh, das dauert ja noch Ewigkeiten. Nee, gar nicht in einem Sechziger-Dungeon. So, hier macht er so dunkle Flächen. Da muss man raus. Ansonsten macht er eigentlich nicht viel. Ähm... Da wieder rausgehen. Das geht mit dem Baden ganz gut hier. Oh, man muss ein bisschen aufpassen, weil, äh... Der quetscht uns ein, wenn wir natürlich, äh... Den Boss nicht vorher töten. Aber das ist hier... Einfach inzwischen so leicht, dass das eigentlich, äh... Nicht passieren kann. So. Oh. Ach, das hätte ich jetzt eigentlich für den Paladin mitnehmen können. Egal. Wobei, mit dem Paladin kriegen wir im Laufe der Hauptquests noch ein paar Rüstungsteile. So, na, so sind wir eigentlich schon fast wieder am Ende des Dungeons. Die gehen relativ schnell. Das liegt aber dann auch einfach da dran, dass wir halt so eine gute Gruppe haben. Oh, da hinten ballert uns ein Magier oder ein Sehensammler ab. Oder es war die Succubus. Ich glaube, es ist die Succubus. Ja, es ist die Succubus. Wollen wir die mal schleunigst erledigen hier. Damals waren die Dungeons halt auch noch deutlich schwerer, weil man halt natürlich auch noch nicht so viel Equip hat. Aber ihr seht schon, dass alle anderen Gruppenmitglieder ja auch schon über Level 50 sind. Heißt, die haben natürlich auch deutlich stärkere Rüstung. Das war damals halt eben nicht so. Nichtsdestotrotz wollte ich alle Dungeons, alle Level 50er Dungeons auch... Okay, Samurai, bleibt einfach mal stehen. Macht dem Heiler mal ein bisschen Arbeit. Der hat schon Langeweile. Ähm, nichtsdestotrotz wollte ich natürlich alle Level 50er Dungeons, ähm... Wenigstens einmal zeigen. Und, äh, für Leute, die vielleicht die 50er dann selber auch gar nicht mehr so machen. Wobei, bei Stufensteigungen kommt man ganz oft da rein mit, äh, Dungeons 50, 60, 70, 80, 90, äh, was auch... Ne, äh, 60, 70, 80 in dem Fall noch. Ab nächster Woche dann auch, äh, 90. Weil ich bin ja gespannt, was sich überhaupt alles ändert. Ich hab mir tatsächlich Patchnotes und so noch nicht wirklich durchgelesen. Ich weiß, dass es neue Klassen geben wird. Ich weiß, dass, äh, neue Story kommen wird. Natürlich wie immer neue Dungeons und, und, und. Also wieder einiges an Stuff, was da wieder kommt. Ich freu mich auf jeden Fall auf die Erweiterung. So. Und dann sind wir gleich auch schon am Ende des Dungeons angelangt. Lalalala. Lala. Danke für die Söldnerbeininger. Aber ich glaub, die sind auch nicht besser. Weil die Söldnerschuhe, die wir letztes Mal gekriegt haben, waren auch nicht gut. Naja. Braucht ja eh keiner mehr. Style-Gear-technisch ist es jetzt auch nicht unbedingt das, was ich, äh, so gerne tragen würde. Das Lustige ist ja, ich glaub, den Dungeon hab ich bei meinem Hauptcharakter gar nicht, äh, mit anderen gemacht. Den hab ich, glaub ich, alleine gemacht. Ich hab viele Fünfziger-Dungeons gar nicht mitgenommen. Aber ihr seht da an der Seite, dass wir noch ganz viele Quests haben. Bezüglich Dungeons. Hier steinerne Wacht, schwer und alles. Ruinen von Amdapur ist damit, äh, oder Amdapur. Am, Amdapur? Amdapur, glaub ich, heißt der. Und der erwartet auch schon der Endloss. Hi! So, auch sehr simpel. Nicht hinter ihm stehen. Einziger Tipp, den ich hab. Der einzige Tipp, den ich hab. Nicht hinter ihm stehen. Weil dann kriegt man nämlich ordentlich da. Deswegen. Genau das sollte man nämlich nicht machen. Ich stand jetzt tatsächlich ein bisschen falsch. Was, wofür ich aber auch nie wirklich was konnte, weil der, ähm, tankt den Boss halt natürlich auch sofort umgedreht hat und der sofort die Attacke gemacht hat. Da konnte ich gar nicht mehr so schnell reagieren. Ähm. Hier, wo ich jetzt stehe, ist eigentlich ganz gut. Und eigentlich sonst, als Bade ballerste halt eigentlich nur drauf. Bade ist halt auch eine sehr, sehr einfache Klasse. Du packst deine Dots drauf und dann ballerste einfach nur noch drauf los. Ähm. Weshalb ich ganz, ganz gerne diese Klasse auch spiele. Auch stand ich da ein bisschen zu nah dran. So, jetzt holt er ein paar Ads. Wir gehen weiterhin auf den Boss. Ja, brauchst du jetzt auch nicht mehr. Brauchst du jetzt nicht mehr. Nice. Und wir haben natürlich auch noch ein Level Up gemacht. Natürlich. Hinterher. Und da haben die ganzen Leute schon die Gruppe wieder verlassen. Und unser Inventar wird wieder zugemüllt. Sehr schön. Also nicht, dass unser Inventar zugemüllt wird, sondern... Okay, haben wir irgendwas bekommen? Nee. Gut. Ja, oder auch nicht gut. Und... Ja gut, Leute. Dann, ähm... Wie zuletzt auch, äh... Würde ich mich an dieser Stelle wieder verabschieden. Das war... Das waren die Ruinen von Amdapur. Oder Amdapur. Ähm... Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Und abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann entweder im nächsten Dungeon. Oder, äh... Ja, mal gucken, wo wir uns beim nächsten Mal sehen. Ähm... Wahrscheinlich im nächsten Dungeon. Wenn ihr natürlich die Playlist von den Dungeons durchschaut, dann im nächsten Dungeon. Ansonsten... Ja, schaut doch einfach mal... Im... Im Let's Play rein. Schaut vielleicht auch den Weg von 1 bis 50. Da wurde der Bade auch ausgiebig getestet. Ähm... Weil wir zwischendurch immer wieder hin und her gewechselt sind. Zwischen den Klassen. Ansonsten... Ja. Verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss!